In Wien sind bei einem Überfall auf eine Klosterkirche fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überfielen zwei unbekannte Täter die Maria Immaculata im Stadtteil Strebersdorf. Ein Großeinsatz dauerte mehrere Stunden. Die Polizei fand schließlich mehrere Opfer gefesselt und verletzt vor. Bei allen fünf Verwundeten handelt es sich um Ordensbrüder. Einer wurde schwer verletzt. Eine Großfahndung nach den Tätern läuft.